ARGH! Oh, 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 what? Das ist das Intro. Das ist das Intro. Tolles Intro. Einmal nur... Oh, das ist dann weh im Hals. Ein Klassiker wie 5. Oliver ist salzig, ihr müsst ihm vergeben. Ich vergebe gleich deiner Mutter. Denn ich bin der Papst, motherfucker. Oh, fucker. Oh, was das weckt. Ich weiß. Kinderfickerwein. Tja. Ich glaube, mein Spiel ist gerade gespielt. Nein, das glaube ich nicht. Bei mir hat es auch geruckelt. Bei mir hat es auch gesungen geblieben. Ach ja, das ist das scheiß laute Ding, ne? Ja, laut. Oh, ich bin ein Ei. Oh, ich bin der kantige Ball und das ist so toll. Ja, ich liebe den kantigen Ball. Double Bowie. Ja. Lola. Lola. Auch der kantige Ball. Ist ja nicht toll. Hast du gerade wieder bounding den Boden reingekommen? Nein. Nein. Hoppla. Der hat auch in deinem Loch rum gehüpft. Gott ist das Spiel laut in dem Ding. Nein. Der hat eine Eiche. Willst du mich verarschen? Ich habe noch so gesaved mit der Eiche. Entschuldigung. Entschuldigung. Hhhhhhhhhh. 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 Weil die Oliver hat das. Ja genau das ist ja mein Problem. Doch, nö. Ei. Eckiger Würfel. Ha! Oh ja, kurze Frage. Was ist ein eckiger Würfel? Ein Würfler von vornherein Ecken. Ne, das kann ich voll vergessen. So weit komm ich in der Form noch nie. Hi Lars. Hi. Danke Steam, ich weiß selber, dass ich ein Amateur-Putter bin, du Arsch. Weißt du? Ich will dir nur sagen, du bist scheiße. Michael, du bist auch nicht viel besser. Ich hab mich aber auch nie überhaupt, dass ich Wasser bin, ich hab nur zu bescheiße. Und Out of Strokes. Yay. Ja, mit der Form konnte ich aber auch hier nichts anfangen. Das hat's mit der Form übrigens geschafft. Ja, wegen seinen ersten vier Schüsse gingen ja auch nicht sonst wohin. Wer hat was mit welcher Form geschafft? Du mit dem Zylinder. Mit dem Zylinder. Hast du nicht den Zylinder? Ich hab' ein Stück normalen Ball. Ja, ich wollte grad sagen. Ah. So wie jetzt auch. Hast du dich verarschen? Deswegen wolltest du den Dings rausnehmen, ne? Den Sprung. Aber du eh mal gute Sachen kriegst. Nö? Unmöglich. Ja. Was hast du? Ah, doch nicht unmöglich. Zylinder. Bin auf dem Kamin gelandet. Ja, Zylinder. Ich bin durch, Michael. Schäm dich. Ja, Out of Strokes. Oh, so knapp davor. Eichel. Jetzt hab ich wieder eine Kackfrau. Ah, ich hab die Christbaumkugel. Oh mein Gott. Wow. Auch so schlecht wie Michael. Das hätte ich nicht gedacht. Oh, ist das schön. Nein, das ist doch nicht schön. Dammit. Wie kannst du das da vergatten? Keine Ahnung, weil der Ball einfach nur, wenn ich ihn ein bisschen aufziehe, wegfliegt, als wäre... Als wäre es weniger Gravitation als sonst? Oh, fick dich, Oliver. Ich hätte auch nichts mit Mahnensagen können, den Rollenion. Ha? Das ist übrigens schon seit letztem Spiel so und da ist es keinem aufgefallen. Denn es ist 0,75. Dank, dank, dank. Man könnte doch sagen, sein Ball ist verhext. Oh, wow. Ich hab's mit der Christbaumkugel rüber geschafft, ohne die Looping zu benutzen. Praktisch. Huh. Ohi. Ja, nicht jetzt. Wollen wir jetzt aufgeben, oder? Hahaha. Ne, was zum Ende. Ihr müsstet doch rein theoretisch die andere benutzen können, um seitwärts rüber zu kommen, oder nicht? Ne, ich glaub, da ist komplett abgesperrt. Ich weiß, was ich gerade probiert habe. Das klappt, das fehlt nicht. Da ist ein Loch zwischen, deswegen, hab ich gedacht, da könnte man durchgehen. Ne, das ist, äh, ne? Ich hab's probiert, da durchzuabben, das hat aber nicht funktioniert. Halbantel, der. Ich kann gleich aufgeben. Ich auch, im Grunde genommen. Ich hab ein Ei. Ich hab schon letztes Mal mit Spring verkackt. Ja, ich hab ne Eichel. Ist auch nicht viel besser. Wow. Fuck my life. Das Kuchen-Drehek. Ich hab ein Stern. Wow, der ist voll daneben. Ich hab's doch geschafft. Wow. Tatsache. Kommt sowieso der Teil, wo man nicht mehr weiterkommt. Und verkackt. Out of strokes. Klasse. Oh, das ist frustrierend, ey. Ja! Ja, ich hab keine Chance, das Ding da irgendwie reinzukriegen. ich sag's, wenn ich's drüberschaffe. Sagte er und trifft fast. Ja, das passiert mir schon die ganze Zeit. Weißt du? Bäm! NOOOOOOO! Boah! Ich muss so ein Scruppler an! Ah, das war gut! Das fühlt sich gut an! GG! Guten Tag Lars! Ah, ich muss mal einen Kugel! Ich hab nen normalen Ball! GG! Würfel! Oh! Alles zurück! Äh... Komm da nicht rüber! Ne, ich auch nicht! Alles zurück! Boogie! Boink, boink, boink und kacke! Ja, die Christbaumkugel, halt! Jetzt müssen wir's zum Super schaffen! Nö, aber gar nicht! Äh, nicht wirklich! Oh! Ja, mit dem schaffst du's ganz bestimmt nicht, Lars! Ist mir klar! Vor allem wenn der so respawnt, ey! Da hüpfst du ja ständig! Ja, klar! Jetzt schaffst du's gar nicht mehr! Ja! Ich hab's denn! Ja! 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 Dann! Manuel! Ich will, guck mal. Willst du wieder zurück, weißt du? Okay, reset. Wtf? Wtf ist dein Horn? Oh! Und, das schaffst du nicht mehr an. Das war wirklich knapp. Hast du jemand gesehen? Ja. Ich leider nicht, weil ich war noch im Spielen. Machs nochmal. Wie war das gerade nochmal weg? Wir haben es aber trotzdem geschafft. Ja. Tacke. Oh, ich bin normaler Ball. Hätte das gedacht. Wtf? Dammit. Oh, das Blatt, ey. Das ist so besorgen. You better be fucking kidding me. Oh, GODD! Ich hab's dann mal geschafft. Oh, fuck. Can do it, Lars. Yay, ich hab's geschafft. Echt? Hat's auch nur mal Ball. Mal nicht. Du wirst es kaum glauben, ich hab schon wieder... Nein, ich hab die Christbaumkugel. Oh, 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 oh. What?! Nee, ey. Ne Trapez Birdie! Birdie! Ich hab das Trapez mit drei Schüssen eingelaufen. Oh, diese scheiß Christbaumkugel, ey. Oh, diese scheiß Christbaumkugel, ey. Oh, ich spiel das Salz. Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. Oh, ho, 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 der war aber knapp, drühe. Ja. Na, Gott, ey. Ich kann's vergessen. Christbaumkugel. Oh, stimmt. Mit der Katze ist auch vergessen. Ja, und, tschüss. Hatte er das mal schon. Fucking, ey, ey. Wie soll ich das dann schaffen? Ja. Hui, du hast. Hui, huhey, ich werd's rückschmissen. Keine Möglichkeit da weiterzukommen. Hä. Wiiiiiih! Ich find auch keine Möglichkeit. Und jetzt? Ja, der, der ja steht. Oh mein Gott, Michel ist drüben. Also Michel hat's mit dem Ei geschafft. Ja, weil mich ein fucking locker ist. Nein, weil ich nicht funktioniert habe und nicht so wie du, der jetzt einfach drauf losbündelt. Ja, näher ran kann ich auch nicht. Natürlich, da ist noch ein guter halber Meter Platz gewesen. Und, Troja ist drüben und zwölf. Yes! Ein erster. Fakt sich nur noch wie lange. Fuck, meine Küsse. Oh, ah, ich bin drin. Pfff, ich bin drin. Wow, hast du das gesehen, Troja? Bogey! Soll ich mich? Boah, das ist klar, ey. Soll ich mich? Wop! Hey, der funktioniert doch. Da ist drüben! Hört mich! Das schafft das noch, oder? Keine Ahnung. Oh, letzter Stroke. Dammit. Feuer! Ja! Ja! Voll daneben! Ei! Ei, ei, ei! Keine Ahnung! Der springt ja in letzter Sekunde noch nach oben! Ah! Fuck! Oh Gott, das ist der Scheiß! Ach, hier komm ich doch wieder nicht hoch mit dem Sitzel. Jill, die, die, die! Oh! Ah, das war ganz schlecht, was auf jeden Fall состоит? Du kannst mich mal klar machen, bitte ich nicht schlafen was hier ist. Was ist da passiert los? W CHAHNESCH waren noch? Bêtes? Fertig. Hallo Lars. Keine Möglichkeit mit dem Würfel hochzukommen. Ich hab gestummelt. Double Bogey. Äh. Hat mir einen Satz Lars hochgeschafft und dann ist er fertig. Ich lauch! Hahaha. Ich saß auf der Leine. Puck. Oh. Ja, die Möp kann ich jetzt hart vergessen. Und so weit. Also Lars, was machst du da hinten? Keine Ahnung. Jetzt aber. Fuckpuck. Ach, komm wieder hin. Warte? Mach das. Was? Mit dem Ding? Bist du drüber? Hahahaha. 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 Oh ja, ja. Boah, ich bin letzter. Yeah. Das geht doch wieder nicht mit dem Kack-Ding. Was habe ich denn für einen Ball? Ah, die Christbaumkugel. Ah, die Christbaumkugel. Nein! Da springt er über die Mauer drüber. Willst du mich fokken, Monama? Willst du mich fokken, Monama? Willst du mich fokken, Monama? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Das ist immer so, erster, nee, zweiter oder dritter, ne? Das ist immer zweiter. Gott, ey. Mein erster Sieg. Party. Und Oliver Schirper und. Ja, die Hand. Boah, erstmal ein... Ne? Witz nicht. Bis er kammermäßig voll an die Schelle kriegt. Ja, ohne Witz. Bei der nächsten Map auf jeden Fall. Mit Sicherheit. Ach, nö, wir haben noch eine Map. Ja, eine Map kommt noch. Uhu, mich lecker. Aber nicht mehr jetzt. Denn wir sagen bis zum nächsten Mal bei den Flachpfeifen und Golf mit Freunden. Komm mal, ja.